Mein Name ist Angelina Kirsch und ich bin Deutschlands bekanntestes Curvy Model. Bei Konfektionsgröße 38. Die Durchschnittsgröße der deutschen Frau ist Größe 42. Eine ganz wichtige und einfache Methode, wenn man sich schön präsentieren will, ist die Haltung. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich mich jetzt gerade hinstelle, Schultern zurück, die schöne Brust raus, Bauch rein und mir vorstelle, da ist ein Faden an meinem Kopf, der mich so lang hoch in die Länge zieht. Dadurch geht man ganz anders durchs Leben. Man hat gleich ein ganz anderes Gefühl auch mit sich selbst, weil man ist ja viel stolzer, man macht sich viel größer und man zeigt sich der Welt. Es ist was anderes, ob ich so stehe oder so. Traurig, fröhlich. Traurig, fröhlich.